Willkommen im Dreisternehaus der Ferienwohnungen Bartnick im wunderschönen Harz. Unser Haus liegt ruhig zentral in der Nähe des wildromantischen Bodetals. Wir bieten Ihnen eine großzügige Ferienwohnung mit gemütlichem Wohnbereich sowie ein Doppelzimmer und ein Apartment. Die Stadt Thale und der sagenhafte Harz bieten ihren Besuchern und Gästen in jeder Hinsicht abwechslungsreiche Freizeitangebote. Ob beim Wandern durch das Bodetal, beim Klettern im Kletterwald, der fahrt mit der Seilbahn zum Hexentanzplatz, Tierpark und zum Bergtheater. Der Besuch in der Bodetaltherme ist inklusive. Familie Bartnick freut sich auf ihren Besuch. Urlaub in Thale – immer ein Erlebnis.